Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer Folge Project Castaway. Wir gucken uns die anderen umliegenden Inseln an. Ich habe auch kurz im Spiel noch was gemacht, das zeige ich euch gleich. Falls ihr Bock habt, eine richtig coolen Discord-Community zu joinen, dann scamm den QR-Code hier. Und in dem Sinn, nicht lang schnacken. Viel Spaß euch und let's it go! Ja, wir sind im letzten Part hier auf der Insel verblieben mit dem Flugzeugwrack. Jetzt haben wir es natürlich schon wieder das beste Wetter. Ist ja mal wieder typisch, aber gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe unser Floß ein bisschen ausgeweitet und zwar ist mir gekommen, warum ich denn kein Bett auf meinem Floß baue. Denn das macht ja Sinn, wenn ich mit dem Floß hin und her reise. Da muss ich mir nicht auf jeder Insel irgendwie ein eigenes Bett machen. Deswegen habe ich hier diesen Unterstand dann doch gebaut, ein Bett hier rein. Dann haben wir natürlich hier noch eine Kiste, falls ich irgendwas finde, was ich mit transportieren müsste. Und einen Ofen habe ich mir hier auch hingemacht. Ich hoffe, das klappt mit dem Unterstand. Und dann würde ich sagen, ich trinke noch was und ich wollte mal ganz kurz gucken, kann ich den nicht hier in dem Teil auffüllen? Geht das nur mit diesem Wassersammler? Ja, das finde ich ja mal total belastend. Gut, macht nichts. Ich will aber den auch mitnehmen, wenn das irgendwie geht. Place, den können wir jetzt mal hier hinstellen. Ich hoffe natürlich, dass er nicht runterfällt. Ja gut, und damit sind wir ja fertig auf der Insel. Also wir haben dann, hier ist auf jeden Fall noch eine Insel, aber zu der möchte ich eigentlich nicht. Ich würde gerne so, ich glaube, es ist dann gegen den Uhrzeigersinn von unserer Hauptinsel. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Insel dort hinter und ich starte mal unser Segel und platziere mich mal. Und dann gucken wir, dass wir da jetzt hinkommen. Vielleicht oder auch nicht. Hallo. Okay, das klappt irgendwie so semi. Okay, ich muss es irgendwie anders machen. Ich stehe mal auf, mache das mal zu und dann gucke ich, dass ich uns mal ein bisschen rausschiebe. Äh, nein, ich möchte nicht rauf, ich möchte schieben. Schieben. Genau so. So. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Schnell, ich möchte mich anhalten. Hilfe. Sorry, Leute. Genau, aber ich hätte jetzt gesagt, dass ich die Fahrt sowieso überspringe, weil da passiert ja im Prinzip eigentlich eh nicht so viel Spannendes. Und deswegen sehen wir uns, wenn ich bei der nächsten Insel angekommen bin. So, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich mache mal das zu und dann. Genau, auf der Insel waren wir gerade. Die Entfernung sieht immer so nah aus. Aber tatsächlich dauert es wirklich echt immer ewig, bis man dann von einer zur anderen Insel kommt. Und ich möchte, dass das noch ein bisschen näher am Strand ist. Ja, so soll es eigentlich passen, oder? Dafür haben wir kein Regenwetter mehr, sondern einen wunderschönen Tag. Und wir gucken uns auf dieser Insel um. Und ich glaube, dass hier tatsächlich gleich eine Notiz auf uns wartet. Sticky Note, jawohl. Die müssen wir uns dann alle mal anschauen. Aber ich würde sagen, ich sammle halt jetzt erst einmal. Und wir machen es, glaube ich, so wie beim letzten Mal. Wir gucken uns einfach zuerst am Strand um und dann eben auf der Insel selbst. Weil die sieht jetzt auch nicht so ultra groß aus. Deswegen schauen wir uns in Ruhe um. Gucken, ob wir irgendwas finden. Was ist das? Nix. Hier liegt auch nichts. Okay. Ich möchte jetzt endlich mal eine Flaschenpost finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, die sind ja auch jetzt nicht klein. Also eigentlich kann man die auch nicht übersehen. Aber gut, wir werden schon irgendwann Glück haben, denke ich. Ach so, biegt die sich da. Okay. Okidoki, Antiochi. Ok, was haben wir da? Ein Reifen wieder. Und hier unseren ersten Blueprint Crab Spear. Also ein Krabbensperr, oder? Lass mal gucken. Blueprint Crab Spear, ja. Was, ein Alien-looking Spare made from Crab Blacks and a single Pinza. Aber dafür brauche ich Crafting Level 6. Das habe ich nicht. Schade, schade, Schokolade. Gibt es hier noch irgendwas Schönes, was wir übersehen könnten? Ihr habt mir tatsächlich auch... Oh. Oh, wow. What is this? Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, da ihr mir beim letzten Mal nicht geschrieben habt, ob ich auf der Insel irgendwas vergessen habe, gehe ich mal davon aus, dass ich es nicht habe. Krass, was ist das, Junge? Oh. Und hier? So? Ähm. Jetzt weiß ich nicht. Gehen wir einfach rüber, oder? Schnell einmal rüber. Krass, hier war ja mal voll das Gebäude. Ja, da müssen wir dann hinschwimmen und uns das anschauen auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall krass aus. Ich gucke gerade mal, ob hier irgendwas liegt. Und ich hoffe natürlich, dass da in der Mitte dann kein Hai auf uns wartet. Es wäre sehr belastend. Und wisst ihr was? Ich habe die gespeichert. Das ist auch scheiße. Naja, wurscht. Ähm. Wir gucken uns ja einfach jetzt nur mal hier um. Da sollte ja eigentlich nichts passieren, hoffe ich mal. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Dass kein Krokodil uns jetzt anspringt. Und hier haben wir auch so ein Teil des Gebäudes. Aber hier ist jetzt glaube ich nichts dran. Nö. Dann weiter im Text. Einmal den Strand entlang. Und jetzt sieht man halt fast gar nichts mehr. Das hier ist dann die Insel, wo wir zunächst hin müssen. Äh, als nächstes. Also ich wette mit euch, dass man da irgendwas findet. Und wenn nicht, heute dann auf jeden Fall im weiteren Verlauf des Spiels. Also wenn es dann aus dem Early raus ist, meine ich. Creepy, creepy. Ich hoffe wir schaffen es um die Insel, bis es dunkel wird. Hier ist jetzt auch nichts Interessantes. Vielleicht ja auf dem Stein, der da im Wasser ist. Wie schaut es denn aus mit Essen und Trinken? Das passt. Oha, da ist auch nochmal so eine Fahne da oben. Oh, und da ist die nächste Insel. Oder gehört die auch noch dazu? Okay, dann ist das unser nächstes Ziel. Also ein Hai sehe ich gerade nicht. Ist da hoch? Kann da hoch. Aber, hat es mir was gebracht? Ich denke nicht. Hustlige Scheiße. Dann wieder zurück. Und dann müssen wir wohl hier rauf. Und diese Piratenflagge. Irgendwie erkunden. Das geht ja hier schön. Kann man schön hoch. Aha. Ancient Lyre. Ist ja interessant. Kann ich die Flagge? Ach, die kann ich abbauen. Ah, okay. Und davon kann ich dann quasi hier die Flagge nehmen, wenn ich das abgebaut habe. Gut, aber das will ich ja jetzt nicht abbauen. Jetzt ist natürlich unser Floß am ADW. Ich würde mal sagen, dass ich jetzt die Harfe da zurückbringe. Und dann auch gleich schlafen gehe. Und dann gucken wir uns natürlich genau hier an der Stelle weiter um, wenn es dann hell ist. Okay, Leute. Der nächste Tag. Wir sind zurück an Ort und Stelle. Ich habe auch die Harfe natürlich weggebracht. Regen hat auch aufgehört. Wir haben gepennt. Ich habe gerade auch noch eine Schildkröte erledigt, damit wir was zu essen haben. Und ich habe, ja, ich glaube, Magenschmerzen, weil ich vergammeltes Wasser getrunken habe. So, das sind jetzt die Status-News vom heutigen Tag. Wir werden jetzt natürlich weiter gucken. Und ich hoffe, dass wir irgendwas Interessantes finden. Wie zum Beispiel die Blueprint, die hier im Sande versteckt ist. Ah, Plain Seed. Ach so, ist das interessant. Das heißt, wir können uns tatsächlich irgendwann ein Flugzeug craften und dann vermutlich damit das Weite suchen. Das wird auf jeden Fall cool. Die Insel ist doch größer, als ich anfangs gedacht habe. Man muss sich immer ganz genau umschauen. Weil ich will eigentlich nicht, dass wir irgendwas übersehen. So an Blueprints oder so. Okay, auf die Insel können wir jetzt aber nicht rüber. Oh, und dahinter ist ja auch noch eine. Hä, wartet mal, bin ich jetzt irgendwie deppert? Also wenn jetzt da vorne mein Floß steht, dann sind wir jetzt einmal rumgegangen. Aber kann das denn wirklich sein? Oder bin ich jetzt schon wieder total lost? Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch nochmal eine Blueprint. Und Extension Belt. Oh, das ist geil. Da hinten schwimmt ein Hai. Wir müssen uns unbedingt... Ach, tatsächlich. Ich bin rumgelaufen. Hä? Wie krass ist das denn? Dann war ich irgendwie lost. Der Extension Belt. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Wo ist er denn? Genau, zwei neue Tool Slots. Das finde ich geil. Das müssen wir auf jeden Fall auch dann craften. Ja gut, okay. Wenn wir jetzt einmal um die Insel rum sind, dann würde ich sagen, trauen wir uns jetzt... Ach so, sollte ich vielleicht nochmal speichern? Ich tue lieber nochmal speichern. Bevor es weiter geht. Sicher ist sicher. So, meine Bauchschmerzen sind auch fast vorbei. Safe. Und get up. Get up. Get on up. Du, 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 du. Okidoki, meine lieben Leute. Mal gucken, was hier so geht. Was haben wir hier? Coffee. Sollen wir mal Coffee mitnehmen? Schauen wir mal. Nehmen wir mal Coffee mit. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht, die ganzen Bärchen. Hier ist noch eine. Okay. War ich wieder mein Sticky? Was war ich hier? Hier ist doch auch gerade was lang gedüst. Räume, Räume. Hier ist jetzt, glaube ich, gerade nichts so Interessantes. Ich könnte mir aber mal wieder ein paar Bananen mitnehmen. Warte mal, was ist da hinten? Schau mal gleich hin. Denn ich habe nur noch zwei Coconuts und brauche mal ein bisschen Food-Abwechslung. Okay, also hier ist nix. Und hier sehe ich nix. Da möchte ich nicht runterspringen. Okay, aber hier scheint soweit auch nichts mehr zu sein. Oh, halt. Da will ich nicht rein. Wir gucken uns also weiter um, aber bis jetzt habe ich tatsächlich nichts Nennenswertes mehr gefunden. Außer jetzt diesen Chinchona-Tree. Was hat es denn damit aus sich? Chinchona-Bark. Okay. Nehmen wir mal mit und schauen einfach mal. Hier haben wir wieder Chili. Und irgendwas... Äh, verpiss dich, du hässliche. Wo bist du? Wieso ist die denn so? Oh, guck. Gänsehaut schon wieder gekriegt. Ne, bring. So. Binne hat mich jetzt ja mal gar nicht aus dem Konzept gebracht. Oh, Lavendel. Geil. Nehmen wir auch mal mit. Komm. Ach was, mein Inventar ist voll. Hö, wie kann denn das sein? Wo ist mein Inventar hier? Ja gut, dann isst du mal die Kokosnuss und dann haben wir ja auch wieder Platz. Okay. Hier findet man schon coole Sachen, wenn man immer genau guckt, gell? So, hier ist halt aber tatsächlich, glaube ich, nichts mehr. Wir müssen unbedingt in die Mitte von diesem Ding. wollen wir erst mal noch hier so schauen. Was ist das? Nix. Wir haben es jetzt zwölf Uhr mittags. Das ist eigentlich eine gute Zeit. Dann sollten wir auch fertig sein da hinten mit erkunden und dann können wir da in die Mitte düsen. Denn hier habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen, was mich irgendwie gerade anlachen würde. Also an Geheimnissen oder Blueprints. Deswegen gehen wir zur anderen Seite und schauen uns jetzt da um. Hier haben wir noch mal eine Chili. Müssen wir dann auch eh noch mal lang gucken. Havaiyan. Blueberry. Havaiyan. wieder eine Chili. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwas finden werde. Was wir gebrauchen könnten. Hier sind wir ja schon lang gelaufen. Ja. Ach so. Aloe Vera. Okay. Na gut. Dann. Ich meine, die Haie, die hat man ja immer gesehen. Das heißt, es sieht mir nicht so aus, als wäre jetzt hier einer und würde da in der Mitte auf uns warten. Aber ich kann es euch natürlich nicht genau sagen. Jetzt gehen wir mal da hin. Dann vielleicht noch einmal da rüber an die Felswand. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Und dann gehen wir zu diesem Ding in die Mitte. Die Mitte tüttet zum Sack, zack, zack. Also gut, lasst es uns einfach tun. Kann ich tauchen? Ich kann tauchen. Gut. Wow, hier ist ja eine... Ach, guck mal, das kann ich kaputt machen. Aber da ist jetzt auch nichts drin. und nach oben, wa? Du Spast, du dreckige... Oh mein Gott, da sind zwei Lauf weg hier. Oh mein Gott, Leute, musste das jetzt sein? Ich wusste es. Diese... echt nicht den Schock meines Lebens gekriegt. Schnell raus hier. Ja, oida, da sind halt dann gleich vier. Na klar kommen die ganz plötzlich zu mir. Oida, ich habe mich jetzt wirklich des Todes erschrocken. Meine Güte. Ich brauche eine Pause. Oh Gott. Verpisst euch wieder. Sonst baue ich das Ding dazu. Ich schwöre es euch. Ja gut, der hat mich zum Glück nicht viel erwischt, ne? Ach Gott im Himmel, ey. Warum wusste ich es? Warum wusste ich es? Verpisst euch jetzt. Ich schwöre. Komme ich da irgendwie rauf auf dieses Ding? Ja, was war denn das jetzt? Wo hat es mich denn jetzt schon wieder hingelegt? Ich war doch gerade auf der einen Seite. Also, naja gut, ist ja early, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wo habe ich denn den kürzesten Weg? Ich glaube von da hin. Wow, da sind sie wieder, da sind sie wieder. Tschüss. Ja Leute, also ich glaube, ich höre den Part an der Stelle mal auf. Falls ihr auf der Insel schon wart, sagt mir doch mal bitte, ob ich noch auf dieses Gebäude da hoch muss zu der Fahne, ob sich da noch irgendwas befindet oder nicht. Denn wenn nicht, dann würde ich diese Insel gerne verlassen. Ja, und somit beende ich den Part auch an der Stelle. Sorry Leute, wenn ich das jetzt so, wenn das jetzt irgendwie so, ja, nicht direkt Cliffhanger, aber so, ja, keine Ahnung, egal. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Wochenstart in die nächste Woche. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.